So, hallo und herzlich willkommen zu einem SofaTV-Special zum Thema Weihnachten. Ja, genau. Und schwer zu erkennen haben sich der Simon und ich in Weihnachtsschale geschmissen, um den Mädels zu imponieren natürlich, vor allem der Simon. Ja, genau, danke. Und ja, wir werden uns was jetzt zum Besten geben und schauen wir mal, was dabei auskommt. Fangen wir irgendwie an, oder? Ja, genau. Achtung, wir netzen unsere Stimme. Oh, lass uns jetzt. Schöne Nacht, heile Nacht. Wir wünschen euch frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Hallo, ich bin die Kathi und ich wünsche euch alle frohe Weihnachten und ein gutes nächstes Jahr. Frohe Weihnachten. Starts brav bleiben und spielt weiter Klavier. Frohe, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Hallo, frohe Weihnachten und ein schönes neues Jahr. Hallo, ich bin der Kevin und ich wünsche euch frohe Weihnachten. Hallo und frohe Weihnachten und kein Schnupfen. Ein schönes neues Weihnachten und ein frohes neues Jahr. Fröhliche Weihnachten. Hallo, ich bin der Andi und ich wünsche euch frohe Weihnachten. Bleibt's brav und ja, tschüss. Remix. One, two, three. Ich bin der Andi und frohe Weihnachten und ein frohe Weihnachten. und ich bin der56. Brav Ohrer, der Bub Brav Ohrer, der Bub So, das war es von SofaTV für heute Wir wünschen natürlich allen frohe Weihnachten allen frohe Weihnachten und allen, die uns besonders lieb haben ganz besonders frohe Weihnachten und überhaupt und außerdem und einen guten Rutsch und möge die Nacht mit euch sein und brav bleiben bis zum nächsten Mal der Nikolaus schaut zu und wir auch, bye bye Hast du noch was zum Sofa? Nein, habe ich nichts mehr da schaut zu her und der, wisst ihr der passt gleich auf besonders, nämlich Okay? Schauen wir noch mal So richtig Richtig schön Da schaut zu her Protect the Innocent Wisst ihr Okay? Also ragazzi und ragazzi So geht's auch Das ist ja Also Ich glaube Ich glaube